Lieber mal draußen. Hättest Thief spielen sollen. Gut. Oh, guck mal, da liegt noch... Da liegt noch Mana. Das hab ich ganz übersehen. Ah, okay, jetzt bin ich hier rumgekommen. Da liegt Strom. Okay. Erstmal laden. Laden heißt auch immer speichern. Okay. Oh, wir haben wieder einen Fertigkeitspunkt. Aber nur einen. Hat der mich bemerkt? Das sah so aus, als hätte er mich bemerkt, ne? Kurzschwert haben wir ja schon. So, den gehen wir mal, den gehen wir mal so an. Es ist besser, als Karawanen auszurauben. Du sagst es. Ich hatte schlechtere Anführer als Arantir. Versuch. Stirb. Nicht lange verstecken. Irgendwie habe ich den da hinten erwischt. Irgendwie habe ich den da hinten erwischt. Oh, Junge. Hier wurde ich dem Arm abgeschlagen, ne? Wie komme ich hier weiter? Ich will mich hier unten aber noch ein bisschen umschauen. Flasche mit Beeren-Saft. Aha. Okay. Nur ein Ölkrug. Ah, da haben wir doch noch eine Kiste. Nice. Das ist richtig viel Mana, das ich jetzt habe. Oh. Ganz vergessen. Warte mal. Das hier ist auch ein Kurzschwert, ne? Ein Köcher. Fisch und Lauch kann man kochen in dem Spiel. Das hat sich angehört, als wäre da irgendwas. Das hat sich angehört, als wäre da nichts. Aufheben, ne? Okay, das war gewasted. Was ist mit ihm da hinten? Okay. Mein Bruder ist doch hässlich. Ach, wartet. Ich habe das hier hinten gesehen. So, wo muss ich hin? Das Ding ist ja gut am Segeln. Die ist zu. Die auch. Muss ich auf dem Thron irgendwas machen? Auf dem Thron, auf dem Thron ist ein Heiltrank. Ah, da, okay. Ich habe ihn einfach geköpft, habe ich da jetzt versuch, nicht zu fliehen. Oh, okay. So ist es wichtig. Beschäftigt ihn. So. Aha. Junge, wie gut er verteidigt. Ich habe dem hinten mehr Schaden gemacht, als dem hier vorne. Ja, komm, was willst du? Schön. Pogazimod wurde von Twitcher entfernt. Ja, ich weiß. Ich weiß. Oh, hier. Da leuchtet irgendwas. Hab ich das gesehen? Wartet. Ich habe doch... Nee, nee, nee. Wartet. Ich habe doch meine Telekin... Meine Telekinese hier. Ach, nee. Ey, sag mir nicht, das ist Movement. Irgendwie... Aber dann komme ich nicht mehr zurück. Telekinese ist nicht verkehrt. Das wollte ich nicht. Ich dachte halt, dass ich das Regal bewegen kann. Nee. Dann müssen wir hier hoch. Hey, du. Aber eigentlich könnte ich auch wieder... Genau. Genau. Was ist das hier? Steinhautentrank. Okay. Ich habe gerade irgendeinen Effekt auf mir. Hier wird ein kühles Lüftchen. Dann sollten wir vielleicht das Dach überqueren, anstatt hier rumzustehen. Versuch nicht zu fliehen. Oh, ich habe einen fertig... Ah, nee, den hatte ich ja vorher schon. Den hatte ich vorher schon. Okay. Okay. Ich komme nicht mehr hoch. Okay, hier komme ich hoch. Flasche mit Beeren-Saft. Was macht eigentlich die Flasche mit Beeren-Saft? Ach, das ist auch Essen. Okay. Du solltest wissen, mein Lieber, Minilag ist entbehrlich, der Kristall nicht. Wie meinst du das? Der Kristall war für Minilag. Minilag ist nützlich, mehr nicht. Wichtig ist nur, den Kristall in den Tempel zu schaffen. Und ich mit ihm. Beschäft dich nicht! So, kämpfen wir mal mit dem Stab. Schade, ich habe es nicht ganz aufgeladen, ne? Hatten die hier irgendwas? Hier war doch noch einer. Da hinten ist er. Mana Tränke! Schön. Schade. Stirn! Dafür wirst du mit dem Stab zurück und kämpfen! Ah! 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 Jo! Okay. Wo geht's lang? Ah, da geht's die Treppe runter. Okay. Junge, ist das dunkel. Und moin Marvin und Chad. Okay, ähm. Ja, da muss ich aber raustappen. Riskiere ich. Oh, ich kann nicht raustappen. Äh. Ich kann eine Sache machen. Und zwar einen Filter Bildmaske, nee. Farbkorrektur. Genau. Und da kann ich das Gamma für euch noch ein bisschen höher machen. So ist eigentlich ganz gut, oder? Gut. Müsste besser sein, oder? Hier ist nix. Das ist nur ne Vase. Was war das? Das ist nur ne Banane. Oh, wartet. Dann hätten wir aber ne Tür, die ich noch checken will. Danke, um einiges besser. Okay. Ah, das ist ein Raum. Da kriegen wir nen Heiltrank. Aber reicht eigentlich, wenn ich was esse, ne? Ja. Ich krieg die nicht auf. Ich befrage euch, so lange wie ihr es tut. Ah, du unterscheidest. Du schmalst. Oh, fuck. Oh, ho. Ich hab ihn abgelenkt. Oh, oh. Und der Ghoul nimmt das Ding mit. Onkel. Nein. 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 Und ich kann nichts machen. Ich bin eingefroren. Erstmal hier gucken. Heilt eure Wunden. Oh, perfekt. Das machen wir. Ey, ich schwöre euch, Leute. Das Movement ist so behindert in dem Game. Ich komm nicht rein. Ey, das darf doch nicht wahr sein. Okay. Der Typ ist anscheinend ziemlich weit weg. Oh. Damit hab ich jetzt nicht gerechnet. Dass dein Ladebildschirm kommt. Er ist weg. Nicht, wenn du ihm über die Dächer folgst. Schnell. Hier rein. Da ist er. Ich sehe ihn. Er wird nicht entkommen. Spreng. Du kannst es schaffen. Bei den Augen der Dagen. Vielleicht hat das fiese Ding die Straße genommen. Wir haben keine Zeit. Wir müssen da durch. Boah, ich war bestimmt hier lang. Du darfst jetzt nicht zögern. Ich glaub, ich sollte mir mein Mana lieber aufheben. Wo ist denn der Rhein? Oh, da muss ich mich beeilen, ne? Pass auf. Convenient, dass das hier ist, ey. Nützlich. Hab ich's verkackt? Ich hoffe nicht, ey. Ich hoffe nicht. Und bitte kein Crash. Ich hoffe nicht, ey. Vielen Dank.